jetzt geht's los ich wollte mich noch mal kurz melden firma ademax andreas joachim mein name philips mein name auch ademax auch ademax wahnsinn hinter der kamera die bezaubernde frau peraport wir haben nicht groß wir haben die groß hat man einen video hat man auch schon die groß wahnsinn wir bilden uns fort und bilden uns weiter kaufen ein wir haben eben 87 videos geschätzt waren aber nur zwei haben wir gedreht dann ist eigentlich was passiert wusste ich nicht habe ich gesagt da müssen wir kamera noch mal anschmeißen müssen wir noch mal anschmeißen das kann sein laute zeitweise dass das video vorher läuft oder später oder wann auch immer aber diese wiese sieht man die schon ich hole sie mal so rein diese river ein eco flow river 1 ist meine ist meine ich habe gekauft aber mal dem modell könnte es sogar sein so ist ein demo modell ja genau die stand jetzt den ganzen winter ja du korrigierst sie stand den ganzen winter draußen hat meine weihnachtsbeleuchtung befeuert ohne dach natürlich ja ohne dach ohne dach im vorgarten im vorgarten natürlich erzähl mal was hat die mitgemacht weil ich meine dies ja wir haben ja festgestellt die ist ja ip64 keep it dry keep it dry steht hier drunter hier unten da steht irgendwo keep it dry genau und bin regenschirm aber geschätzt ip67 geschätzt 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 nachdem was hier nach der geschichte war was passiert wo man die chinesen im sack kreis bei sich zu hause stehen wenn sie in der ecoflor sie stand seit erbst jetzt draußen also seit dem beginn der weihnachtsbeleuchtungszeit irgendwie oktober 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 ja stand draußen hat einiges an stürmen und schlecht wetter mitgemacht schnee mitgemacht jeden tag aufgeladen entladen übernachten minus temperaturen mitgemacht und dann bist du nur noch gefahren hast du vergessen und wir haben vergessen mit absicht in zehn tagen zwei wochen festgestellt dass sie immer noch draußen steht immer noch im regen und immer noch funktioniert dann haben wir sie ausgekippt weil das wasser drin war zack mal wirklich wie du es gemacht hast ja ebenfalls wirklich haben sie so seitlich ausgekippt hier lief das wasser so massenweise man sieht es auch schön jetzt doch alles dreckig hier lief das wasser raus dann haben wir sie angeschlossen obwohl sie noch nicht ganz trocken war es hat alles so ein bisschen geknistert aber trotzdem haben wir sie dann noch mal ausgekippt die letzten tropfen rausgeholt und dann ja sie funktioniert bis heute tut ihren dienst hat volle leistung das ist alles so wie es sein soll zweimal ausgekippt ja genau zweimal beim ersten mal dann aufgeladen gemerkt es knistert noch irgendwo muss noch feuchtigkeit sein noch mal auf der seite liegen lassen eine weile und kann letzten tropfen raus und jetzt funktioniert immer noch und in mit weißen worten der wwe don't try it at home don't try it at home aber irgendwie hat es geschafft irgendwie jetzt überlebt ja und die neue river serie die man da im hintergrund vielleicht sieht die sind wasser nicht glaube ich oder jetzt war ohne spaß wir haben noch ein video habt ihr habt ihr das video gesehen von von der river wohl wie sie sind an lkw hergezogen haben im eisblock im eisblock eingefroren bei minus 98 grad fahrenheit ehrlich sehen ich weiß nicht ob das auf youtube ist aber das hat ja intern eco flow rumgeschickt mit dem video wie die das hinter dem geländewagen hergezogen haben wir gucken gleich mal auf youtube ja mit der river und dann ins wasser und so damit die muss ja wasser dichter also wenn die da nicht wasser dicht ist warum zeigen sie es dann deswegen war es vielleicht nur intern das könnte auch sein apple bietet dir auch keine wassergarantie auf den apple watch und trotzdem auf der apple watch ja aber aber aufs telefon schon oder die die das steht doch wasserfest oder nein apple auch in dem wasserschaden greift die garantie nicht aber die produkte sind wasserfest also wasserdicht da steht doch wasserdicht also ich war ja jetzt vier tage ja es war leicht waren dort ja apple wird ja schon waren beim angucken ich weiß nicht wenn es gibt ja es gibt ja bestimmt so drei vier da kann wir auch wieder klicks machen indem er apple und eco flow oben in den teaser schmeißen und sagen produkt test der wird ja heiß beim angucken da machst du hier guckst die uhrzeit 16 55 sagte überhitzt also da wo ich jetzt im urlaub war kurz neben grönland war warm da war auf jeden fall telefon heiß habe ich champagner flasche sekt flasche wasser bestellt kommt mit eiskübeln kennst du ja habe ich gesagt telefon heiß kann kein hier sudoku mehr spielen ja das dinge den ding muss ich auch retten dass das hündchen wie heißt das mir pokémon ist es nicht werden haben wir gott haben wir gott hier drauf da wollte mein hund retten sagt telefon jetzt nicht muss abkühlen kann zufällig gleichzeitig champagner selter selter flasche telefon genommen hülle hülle ist natürlich habe ich natürlich abgemacht weil die ist nicht weiß nicht ob die wasser fest habe ich habe ich habe ich gesagt hier iphone wasserdicht schmeiße ich rein in den eiskübel da und das ist natürlich viel wasser und dann eis wasser reingeschmissen abgekühlt in fünf minuten ist das ding kalt kannst du wieder benutzen ja einmal super geklappt aber super geklappt nächsten tag was normal war tamagotchi und brauchte wieder futter rein rausgeholt habe ich wollte ich den hund hören so wuff wuff dann sage ich okay hier puste frei frei gepustet zehn minuten wartet so in die sonne gelegt hat sich das abkühlen wieder super gelohnt und dann läuft einer frei hat er jetzt der herr steht nach welcher man steht man will nicht vor die kamera ich weiß wir haben keine millionen klicks wir haben keine tausende kriegs schreibt in die kommentare wenn der die kann wenn der also wenn der tipps die man drei wetter taft benutzt und den föhnen und vor alter also wenn wenn ihr schreibt ein kommentar es reicht oder zwei aber schreibt einen kommentar wenn ihr den stebner er steht nach so viel zeitlos an vor der kamera haben wollen der ist der ist bachelor nicht auf sat 1 oder wo das läuft wer ist bachelor in den markt ingenieur ingenieur bat show ist ja ich bringe eine rose mit wenn ihr wenn ihr einen kommentar schreibt wir wollen herr stehtner bachelor auf ingenieur vor der kamera haben dann fähre ich den vor die kamera ein kommentar kann auch selber schreiben ja ein kommentar wenn wir einen kommentar haben dann zählen wir den vor die dann kommt er auch weil der ist heiß also nicht vor der kamera zu sein aber wer ist heiß so also soviel dazu dann war das telefon auch wieder einsatzbereit hat er jetzt ja aber ich habe gott angst bekommen am zweiten tag glaube ich aber die schreiben doch alle das ist schon die haben wir besser fest oder schreiben wir das bei samsung oder bei nokia 33 10 und ich dachte hier das haben dann muss ja das iphone das auch haben apple hält sich da raus okay apple hält sich raus aber die anderen haben das alles und da habe ich gedacht wenn wir die telekom jedes jahr ein iphone für 1500 euro schenken weil ich bezahle es ja nicht also auch die firma auch nicht kriegt ja geschenkt von der telekom wenn er den vertrag haben wollte gibt es nicht kriegst du jedes jahr kannst du dir ein telefon deiner wahl aussuchen klick sie geschenkt tag ist natürlich monatlich dann beitrag 350 aber kriegst ein telefon geschenkt und dann sagst du natürlich nimmst das teuerste weil kannst du wieder verkaufen nach einem jahr natürlich inklusive steuern und dann über die firma habe ich aber weitergegeben jetzt firmen intern frau perre vorteil auch firm intern telefon weiter beispiel iphone 5 oder so oder 4 und was dann daraus du sie fast daraus also wenn die video qualität gut ist vielleicht auch zehn plus ok aber das dazu also das kannst du nicht halten 12 12 pro max pro max richtig die richtige günstige schubklage vor drei jahren so aber auf jeden fall iphone wasserdicht ich würde davon abraten also meint hat überlebt aber draußen war noch 40 grad im grönen plus war also schnell wieder trocken und war ja eiswasser eis eiswasser konserviert ja ist ja klar ösi damals also nicht sein scheint aussie sondern der ösi der ösi damals wurde auch konserviert durch eiswasser also alfone ja auch deswegen ist es nicht kaputt und danach direkt aufgetaut wie damals bei demolition man werden gesehen hat den film so schnell wird er aufgetaut mit laser der also nicht wasserdicht da waren wir ja wer nicht wasserdicht aber funktioniert das ist unser test jetzt guck mal jetzt guck mal so jetzt guck mal hier haben wir noch von eben den müssen wir klicken sonst immer wieder die bösen aber wir fragen nach wir schicken eine anfrage raus ja das ist zwar jetzt zeitblase max weil wir wissen nicht wann und ob das video kommt aber wenn die jungs cool sind von den eins bis drei anderen firmen wenn die jungs cool sind die nennen wir jetzt nicht aber wenn die jungs geil drauf sind dann sagen die darfst du senden weil wir haben nichts böses gesagt außer christian christian sei gerade aus wenn christian christian war ja der chef von den von der einbutze wenn er christian sagt hey andreas darfst du senden er darf ich auch herr joachim nennen ist ihm überlassen er kann auch schreiben sehr geehrter herr joachim wir schreiben ihn an wollen christian und schreiben drunter schreiben aber drunter die schreiben wir marken die schreiben aber drunter sehr geehrter herr keine ahnung habe ich vergessen muss man nachgucken so darf man doch jetzt nicht sagen wir schreiben wollen christian und schreiben drunter sehr geehrter herr wenn sie es höflich haben nicht schauen wir machen anfragen dürfen wir den boom so senden und im gegenzug darf er uns auch ein video schicken dass er dann vielleicht sein wird uns vielleicht auch erst denn wenn er eins gemacht hat und wir uns beide einig sind dass man senden dürfen oder von mir gibt es aber kein foto auf der webseite oder auf der webseite doch doch gibt es können wir zeigen hier über uns aktuelle information zeigen wir ihnen kurz weil das video kann man ja auch schicken da hat ein bisschen druck über uns andere produkte auslädt waren wir sind fotos ach nee wir müssen nur über uns klicken hier hier einer von den beiden bin ich ach so ich bin jetzt in ihrer video podcast podcast hätte etwas nicht gewusst etwas sagen also okay wer bin ich gerade ich wollte gerade so spannung aufbauen einer von den beiden mit wer bin ich schwer zu sagen wenn man dich vor der kamera sieht ja jetzt war scheiße jetzt also jetzt hat es nicht gelaufen ich war noch im podcast modus spannungsmodus gleich bis jetzt wollen wir mal podcast machen kann aber nicht gemacht weil wir haben immer gesagt kommt scheiß drauf mach kamera an und dann machen wir die videos was kann das noch eine idee oder podcast mit dem bin sinator hat man dich früher schon bin sinator genannt ja oder ja im letzten video nicht ich früher hier freunde hast du ja freunde ja die haben besseren namen noch das ist mehr dazu also hier dass wir wollen wir wollen das mal aufklären das wirklich also da hat er christian hat auch ein foto kann er kann nämlich auch fertig machen kann ich auch sagen da habe ich auch fast ein anzug an habe zwar eine krawatte hat er eben gab nicht hatte christian krawatte kann auch sagen wie kann der so ein chef von so einem weltunternehmen wie die ademax deutschland gmbH und koca g ja wie kann der ceo inhaber geschäftsführer alles was du willst ohne krawatte damaggregat stehen das kann auch machen kann ich voll fertig machen wäre hier der die krawatte passt ja gar nicht zum polo wie kann man kurz ähnliches polo shirt tragen und mitten im august ok bei 31 juli dazu sagen also kann er kann er hat griff was wollte man machen ach youtube youtube dann aber muss man auch abkürzen an der video ist ja haben wir schon fünf minuten folgt warte mal eco flow river extrem test ex extreme hier gibt es ja auch viel ordentlich mit dachzelt ein ja ja dachte eine adresse dachzeiten braucht schreibt sie in die kommentare weil wir brauchen kommentare habe ich also kontakte ich weiß auch nicht ob der gezeigt werden darf aber wir zeigen den einfach so lange zeigen bis jemand sagt darf man nicht zeigen und wenn dann schreiben die auch auf englisch aber nicht verstanden das stimmt wir machen es wie die politiker wir konnten uns nicht erinnern also ich meine ich meine in hamburg wenn er wenn wir ja keinen namen nennen aber wenn du da mal ein vorstand von so einer bank warst und wenn das nicht dass da 20 30 million verschwunden sind weil das kann schon mal vorkommen also neulich neulich wo ich wo ich 20 millionen veruntreut hat kommt mir auch nicht mehr rein das war das war das war ein geiler abend in den in den einen club ich erinnere mich aber nicht mehr lücke haben wir das video an den abend kann ich mich nicht mehr erinnern oder diese ominösen abende wo man sich einfach nicht mehr an das schreiben seiner doktorarbeit erinnert und weiß wo man die inspiration bezogen hat so schnell so kurz gegen zahlung aber ich meine gänse fücheln kannst du da auch mal vergessen oder also ich meine ich wüsste noch nicht mal wo gänse fücheln hier drauf sind weil die meisten zitate kommen ja von mir selber ich denke also bin ich also da brauche ich auch keine gänse fücheln zu setzen ich meine das kommt ja von mir oder ich denke ich bin hier ist unser kanal hier trinken wir auch ein aber das champanzen hier haben wir was an wir dürfen das auch nicht vor wie heißt das von fehlern darf man nicht guck mal nach denen ja und wenn ich dann müssen wir halt das video hier unbefriedigt unbefriedigt ich bin dabei die wägen was hier denn was hier das hier schicken wo wo schickst du es denn whatsapp dürfen also markennamen wir machen ja sowieso werbung wir schreiben hier aber auch leute auf whatsapp doch hier ist es sieht man das das ist von eco flow selber haben die richtig einen auf die kacke gehauen ich gucke mal hier qualität haben wir mal hier automatisch jetzt haben wir gucken wir jetzt an wir machen jetzt keinen ton weil ton hat er irgendwie nicht und da glaube ich zensiert also wenn das ding dann nicht wasserfest ist also dann weiß ich auch nicht also wir gucken mal da dauert nicht sagen oder fünf minuten aber kann man hier geschwindigkeit einstellen nur bestimmen ja wie der logisch muss jetzt kommen ja zwei machen oder ich meine da sieht man ja genug also kann ja jeder selber eingeben ja aber hier guck doch mal da regnet es doch hier guck mal rein prüftest ja zehn minuten ich meine länger stand ja unsere auch nicht draußen oder zehn minuten plus minus zwei wochen guck mal und hier läuft doch wahnsinn mal hier auch hier die frage ist wie haben sie das ding da drauf gestellt hochgefahren sind die die vier rüber ja nicht aber ist auch egal guck mal hier stell dir mal vor ich würde das machen da weiß ich nicht ob ich das sagen darf aber da wenn man da genau guckt war ein schnitt drin und die sieben bisschen kaputt aus aber ich glaube wir haben das zwei mal gemacht damit mit zwei fünf sie nennen oder was da auch aber schon gar nicht erst oder also wie meine down twilight at home würde die wwe sein auch guck mal schutzfolie sogar drauf gehabt das geht nicht mehr hoch doch war unten war auf 16 da auch haben wir geguckt naja wir haben überall geguckt wir haben sogar auf video jetzt lassen wir mal hier guck mal hier hast du das gesehen hast du gesehen haben wir haben wir in die luft gejagt mit ja da habe ich politisch jetzt nicht sagen haben sie aber äh knaller dran gemacht guck mal hier mal korke dir das an gucke hier explosive residenz test hier kannst du beinahe kannst du silvestre auch mal richtig anknallen lassen mit das video contains dangerous actions and film it by professional please do not imitate artikel damage is not covered by sovereignty also garantierst du danach nicht mehr aber aushalten tut guck mal wie viel brenner haben die denn da der letzte brennt noch nicht weil so heiß ist das du not the anthem feier irgendwas 1840 grad das glaube ich zwar nicht mehr da kannst du auch keine stunde drauf halten oder guck mal und läuft noch ne guck dir das an zwei prozent power hat sie noch nicht mehr so viel aber knapp limit portable power station unglaublich jetzt mal ohne scheiß oder oder jetzt mal also dass das zu der die kann das nicht angeblich aber aber vier monate vier monate deutsches wetter ganze war ausgeschaltet läuft noch dann machen wir auf schluss hier mit dem mit dem video haben aber wieder video christian wir schreiben wir